Heute möchte ich wieder eine Widmung vornehmen, und zwar an dieser Säule. Meine Damen und Herren, die Original-Erwin-Belt-Sich-Hut-Ab-Medaille widme ich hier und heute und zum ersten Mal den vier tapferen hessischen Steuerfahndern. So, noch. Und übrigens, das habe ich jetzt ganz vergessen, inzwischen gibt es ein zweites psychiatrisches Gutachten von einem anderen Gutachter. Und der kommt zu dem Ergebnis, dass die vier Fahnder überhaupt nicht paranoid, sondern sehr gesund sind. Ja, nur dass sie es wissen. Ach, und übrigens, der erste Gutachter, der die für verrückt erklärt hat, wurde inzwischen von einem Verwaltungsgericht zu einer Geldstrafe von 12.000 Euro verurteilt wegen vorsätzlicher Falschbegutachtung. Ja, nur dass sie es wissen. Und, ach, übrigens, selbstverständlich hat es in Hessen einen Untersuchungsausschuss deswegen gegeben, aber der Vorsitzende von dem Untersuchungsausschuss, der FDP-Mann, Herr Leif Blum, ist letztes Jahr von allen Ämtern zurückgetreten, weil irgendwie ermittelt wird gegen ihn wegen eines Verdachts auf, was war es genau, Steuerhinterziehung. Ja, nur dass sie es wissen. Prost. Ach, und übrigens, übrigens, manchmal möchte man nur noch kotzen, oder? Aber wir kotzen später.